Herzlich Willkommen bei Heavy Traders. Naja, es fehlt so ein bisschen an Impulsen, würde man sagen. Wir schweben hier nähe der Allzeithochs in fast allen Indizes der Welt, naja, vor allem in den USA. DAX ebenso, sehen wir gleich dann auch im Chart. Gut, aber morgen, ja, morgen wird es vielleicht ein bisschen rund gehen, wenn die EZB dann tagt und an der Zinsschraube dreht oder halt auch nicht. Wir werden es erleben, um 13.45 Uhr sollte das sein, aber erst morgen. Also die letzten Tage waren auch relativ ruhig, so insgesamt tut sich nicht allzu viel. Wir laufen auch in den Sommer hinein. Ja, so ein bisschen so ein Tauziehen auch zwischen den Inflationsängsten oder Markternehmern, die ein bisschen Inflationsängste verspüren und denen, die sagen, ach, die Party kann doch ruhig weitergehen, alles in Ordnung. Die Zinsen bleiben tief, Inflation ist noch lang hin, also, und das hält sich so ein bisschen die Waage. Gut, und kommende Woche haben wir dann auch noch die FED. Das wird natürlich noch, noch spannender als morgen die EZB. Gut, aber trotzdem, wir werden es sehen. Ja, schalten wir mal in die Charts hinein. Der DAX, man sieht es ja hier, was ich gerade erwähnt hatte. Ja, wir kratzen am Allzeithoch oder haben ein neues Gesetz jetzt einen Ticken wieder zurückgekommen. Ah, das ist ja minimals, da bewegt sich wirklich gar nichts. Wichtig ist, dass wir hier wirklich auf hohem Niveau notieren. Der Aufwärtstrend ist intakt. Ja, unser Bereich hier von 15.200 ist auch ein Stück weg. Ja, so 425 Punkte, um genau zu sein. Gut, und solange wir uns da drüber befinden oder vielleicht einen Ticken höher, über der 15.500, ja, da sollte nicht allzu viel auf der Unterseite passieren. Ja, so sieht das Ganze halt nun mal aus. In den USA ist das ähnlich, S&P 500, Dow Jones und so weiter auch ähnlich. Gut, ja, was haben wir euch mitgebracht an Zertifikaten, beziehungsweise eine Aktie, die wir uns rausgepickt haben? Ja, nichts Neues, mal wieder die Warta. Ja, warum? Also wir hatten die tatsächlich schon öfters getradet, das ist klar. Vor allem das letzte Mal war das hier der Fall. Ja, also hier haben wir sie reingenommen, da waren wir so mehr oder weniger mal vorne, mal hinten einen Ticken. Dann kam ein Schub hier Ende April genau Richtung dieser Zone oder dieser Wieserstandsmarke von 131. Ja, die haben wir so angeteasert. Bis 130 sind wir gelaufen. Gut, und dann haben wir gesagt, okay, läuft gut an unser Trade. Wir setzen mal den Stop-Loss auf Einstand. Das haben wir auch getan und sind dann natürlich hier ungefähr abgeholt worden. Null auf Null, Non-Event sozusagen, Nullsummenspiel, kein Gewinn, kein Verlust. Okay, aber wie man sieht und im Nachhinein betrachtet, gar keine schlechte Idee gewesen, weil hätten wir das weiter laufen lassen und den Stop nicht auf Einstand gesetzt, wären wir hier durchgerutscht bis, ja, 108 rum war das Tief her. Dann ging es wieder v-förmig nach oben mit der Warta und jetzt sind wir wieder hier in Ausbruchstimmung. Das ist halt eben die große Preisfrage. Also hier dazwischen haben wir sie nicht eingesammelt, weil wir sagten, ja, wir bewegen uns auch hier schon seit Ewigkeiten in so einer Seitwärts-Range. Und diesmal haben wir es jetzt nicht, ja, was heißt gewagt, also diesmal haben wir nicht das Gleiche nochmal versucht zu spielen mit dieser Ebene hier. Gut, also wir haben jetzt schön gewartet, bis wir wieder an der Oberkante von dieser massiven Seitwärts-Range wieder uns befinden. Gut, das wird die große Preiswege sein, brechen wir da aus oder nicht, ja, wir warten es ab. Wir denken schon, weil mögliche Kursziele wären ja hier oben, ne, dieses, diese Absturz hier, da ist ja noch ein großes Gap hier oben offen mit einem möglichen Kursziel, ja, bis 152 Euro. Gut, weitere Details sehen wir natürlich dann später in unserer Sendung. Aber fundamental gibt es auch nichts Großartiges bei Vata, ist schon alles irgendwie drin, ja, mit so neuen Batterien, größerformatigen und Knopfzellen und so weiter, was sie auch alles da machen, Kooperation, alles Paletti. Es geht uns jetzt wirklich rein um diesen Ausbruch aus dieser Range auf der Oberseite. Gut, ja, so viel zu Vata. Und natürlich, ja, warum auch gerade die Vata? Das ist halt so ein begehrter Wert gewesen für die Short-Seller. Mittlerweile sind die da so rausgedrängt worden. Nach diesem massiven Anstieg bis auf die 180, da gab es schon Turbulenzen. Mittlerweile ist es nicht mehr so im Fokus der Short-Seller, aber es ist eine ehemalige Short-Seller-Aktie. Von daher das Gesamtthema auch später in unserer Sendung um 14.15 Uhr bei Heavy Traders wird sein. Ja, die Vata natürlich mehr im Detail, wann kommt der Ausbruch, wo könnte das passieren, die Ziele und so weiter. Das ist klar. Aber wir werden natürlich dann die aktuellen Short-Selling-Aktien auch beleuchten hinsichtlich Short-Squeezes natürlich oder Gamma-Squeeze, wie das sich schimpft. Ja, und sowas wie Blackberry und da gibt es wieder ganz viele neue, die da gespielt werden. GameStop und so weiter kennen wir ja schon alles. Da gibt es auch wieder neue, die da aufgegriffen werden, auch von der Online-Community, sagen wir es mal so. Ja, gut, also das zugehöre jetzt Zertifikat natürlich zum Vata-Trade wäre die Wertpapier-Nummer MA12TU von Morgan Stanley auf der Long-Seite. Nähere Details natürlich um 14.15 Uhr in unserem Zertifikate-Trade des Tages. Registriert euch kostenfrei bei heavytraders.live und schaut zu. Also bis später. Zertifikate-Trade